Hi Leute, willkommen beim Phantasas Studio. Jede Menge Dust Tactics, wie ihr seht. Das ist eine riesengroße, komplette Infanteriestreitmacht der SSU, also der Sowjetfraktion. Es sind insgesamt über 90 Modelle, wurden alle auf Level 2 Qualität bemalt. Bis auf ausnahmsweise hier vorne die Helden, beziehungsweise die Charaktermodelle. Die wurden dann auf der Stufe Skirmish bemalt. Das sind dann hier die vier Jungs. Und wir haben dann noch als weiteres Modell den guten Winterchild. Das ist der hier in seiner Rüstung. Der wurde auf Charakterstufe bemalt. Und das Besondere hier vorne ist auch dann mit diesem, übrigens eine sehr schöne Rüstungsfarbe, die auch so ein bisschen angelaufen, angemalt wurde. Sieht sehr cool aus. Und hier vorne dann auch so mit diesem Leuchteffekt an der Hand. Der ist auch ganz gut geglückt. Und der Kopf mit dem Helm, der hier drauf ist, da haben wir auch noch eine Alternative. Das heißt, der ist abnehmbar. Es gibt noch eine Variante ohne Helm. Und die seht ihr dann auf den Bildern im Anschluss. Ja, hier nochmal kurz der Kameraschwenk über die gesamte Truppe. Das ist Level 2 Qualität. Das heißt, hier wurde gedippt. Aber gerade bei den Dust Tactics Modellen bietet sich das echt sehr, sehr gut an. Die sind da sehr dankbar, was den Farbstil angeht. Und vor allem dann auch hier bei den Russen. Ach genau, wir haben hier noch die... Es sind so kleine Bildchen drauf, bereits auf den vorgrundierten Modellen. Damit die eben im Bemalprozess nicht irgendwie übergrundiert wurden, übermalt wurden, haben wir die eben nochmal nachgemalt, sodass man die erhalten hat und weiterhin nutzen kann. Ja, das sind die gesamten Modelle. Und ich denke mal, das ist wirklich eine ziemliche Masse. Im Anschluss die Bilder und bis dann. Tschüss. 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 Schitten. Tschüss. 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 Maurojoja. Untertitelung des ZDF, 2020